Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Sicher kennst du das Gefühl, verliebt zu sein, mutig zu sein, Trauer zu empfinden oder Angst zu haben. Aber hast du auch gewusst, dass Hormone dabei eine ganz wichtige Rolle spielen? Hormone können aber noch mehr. Sicher weißt du schon einiges über Hormone, wo sie gebildet werden und wie sie heißen. Aber weißt du auch, wie Hormone auf zellulärer Ebene wirken? Schau dir einfach dieses Video an. Es zeigt dir, dass Hormone auf zwei ganz verschiedene Weisen von einer Zelle wahrgenommen werden können. Nämlich auf direktem oder indirektem Weg. Die erste Möglichkeit ist die direkte Hormonwirkung, die bei den fettlöslichen Hormonen vorkommt. Steroidhormone wie die Sektion. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.